Zwei Sohnfehler laufen, einer Zeit von 46... Oh, Entschuldigung, mit einer Verweigerung und einem Zeitschirm von 46,39. Am Start haben wir jetzt gerade Freierhund mit Paula. 17,24 Zeitschirm. Ich habe 10 Zeitschirm. Ne, das war 44. Die Zeit ist 44. Ne, und wir haben 50 Zeitschirm. Ah, guck mal da. Rum, rum, rum. Ich kann bis jetzt noch nichts meckern. Los, jetzt mach was. Ah, die Sanción. Oh mein Gott. Der ist so krank im Hirn. Kannst du nur Parcours merken. Das ist nicht scheiße sowas. Der war die Woche am Carmen in Brennen. Mach ein Uppetins mit dem Hund. Da kannst du selber schicken. Das war leider eine Diss. Wieso leider? Das war...